Ich heiße Tanja. Der Opa ist halt 27 Jahre alt und hat eben halt altersgemäß schon leichte Arthrose. Und durch das B-Mann ist es definitiv besser geworden. Der läuft wie ein junger Gott, bocken kann er noch viel besser. Und auch der Rücken ist am Anfang immer sehr fest gewesen. Und durch den B-Mann ist es sehr viel schneller, lockerer geworden. Die Einlaufzeit bei Opa hat sich deutlich verkürzt. Und dann habe ich noch eine 15-jährige Hannoveraner-Stute. Sie hatte sich das Unterstützungsband der tiefen Beugesehne fast komplett durchgerissen und dann musste sie vier Wochen stehen, wobei wir aber schon mit dem B-Mann anfangen konnten. Und nach fünf Wochen hatten wir einen Ultraschalltermin und meine Tierärztin war platt von dem Ergebnis. Wir alle, weil dieses riesige schwarze Loch, das war wieder durchbaut mit Fasern. Meine Tierärztin hatte mir auch zum B-Mann geraten, aber sie war doch etwas überrascht über dieses Ergebnis, dass es so schnell so weit vonstatten ging, die Heilung. Also der B-Mann wirkt auf jeden Fall bei Arthrose und beim Sehnschaden und bei hektischen Pferden. Da fallen die Augen zu, die Unterlippe hängt. Das ganze Pferd ist einfach nur entspannt. Ich bin begeistert.